Always in all I know, all I know, all I know Ob ich jetzt meine letzten paar Sekunden schaffe? Mh, den Helden. Kannst du? Ja, oder Leatherface. Einer vom Behn. Ich hab doch hier für eine Kettensäge. Leatherface. Komm nach schon. Oh, du kannst nur schlagen. Okay, fast pack ich wieder den Keller. Und dann schmiert sie bei mir ab. Nein. Da war auch schon noch ein anderer. Dem ist er vorbei gelaufen. Ja, genau. Aber bei mir macht das nicht. Boah, der hat ja mal einen Frankenstein dabei. Den nimm ich. Ich würde besser sagen, der hat mich abgeschmiert. Ja, hab ich gesehen. Ja, hab ich gesehen. Ja, hab ich gesehen. Oh, du kannst den fertig sein. Oh, du kannst den fertig sein. Oh, du kannst den fertig sein. Danke schön. Hm. Ich bin so lange gewartet, bis ich weggelaufen bin. Wer ist weggelaufen? Ich für den Killer, nach dem Anhob. Ich bin so lange gewartet. Ich bin so lange gewartet. Heute nicht. Alles klar. Schon mit Sprinten über die Palette gerutscht und trotzdem noch wie so eine Schnecke. Dabei gewesen. Oh! 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 Das ist taktisch, das wollte ich gerade sagen, taktisch nicht klug, dass du hinter der Mauer sitzt und derjenige, der dich heilt, mit dem Arsch voll rauskommt. Denn ihn könnte er vielleicht nicht sehen, mich schon. Die Händen liegen. Die Händen liegen nur sie. Oder er dachtest du, Leatherface hat sich gleich dazugelegt? Ja, wer weiß, wer weiß. Okay. Deswegen hast du die gesagt, verstehe. Das hat nicht getappt. Ja, man bringt mir gut da. Das war schon weit hier. Das passt jetzt schon, warum? Wenn ich noch nicht reinstehende, dann müssen wir vielleicht miteinander reinstehigen. Wenn ich noch nicht so bereit bin, zwölfbare Lauf oder diese, die Klor, in diesem Moment bin ich nicht. Das war schon ein paar Räuber. Es läuft die Welt noch da runter, ehrlich. Der nächste ist dead. Der nächste ist die Welt. Das ist alles. Du hast Angst gekriegt, wa? Ja, wofür? Na vor mir, der Kettensäger. Oh! Wird mit dem Killer da noch was rum? Ja, sie versucht. Der Palette mein ich? So nö, in der Palette bin ich nicht mehr, nö, da bin ich fett. So. Jane, wie lange noch? Er kommt zu dir. Nein! Ja, eben. Ich wollte ihn noch blenden, aber schon ein bisschen schiss, der ist fast fertig, der Jane. Ja. Genau zu dem Tor, wo du jetzt bist, da wollte ich hinrennen. Er hat mich aber jetzt gleich. Okay. Ich lauf zum anderen Tor, wie weit bist du schon mal rüber gegangen? Ich war an dem, bin an dem Tor, wo du ihn warst. Also, wo du da an der Mauer rumgelaufen bist, an dem Tor steht. Jetzt liege ich. Jetzt liege ich. Doch nicht. Weil er zu blöd ist. Und der ist fertig. Fertig? Ja. Ja. Okay, dann mach auf. Ich komme jetzt. Ich hoffe, ich schaffe es noch. Mach auf. Du, ich schaffe ihn noch mal. Ich schreibe ihn noch. Du, du, du Trolltante, du. Du, du, du Trolltante, du. War nicht der stimmt, finde ich. Ja, eigentlich schon.